Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Steigung und y-Achsenabschnitt. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man die Steigung einer Geraden ablesen kann. Und dein Ziel für dieses Video ist es, den Schnittpunkt einer Geraden mit der y-Achse zu bestimmen. Das bezeichnet man auch als y-Achsenabschnitt. Das heißt, wir betrachten jenen Punkt genauer, an dem eine Geraden die y-Achse durchschneidet. In allen Videos bis jetzt haben wir meistens mit Ursprungsgeraden gearbeitet, das heißt Geraden, die die y-Achse genau im Ursprung, also in Punkt 0,0 geschnitten haben. Und jetzt in diesem Video haben wir auch Geraden, die die y-Achse an anderen Stellen schneiden. Und hier haben wir nun folgende Aufgabe gegeben. Wir haben hier eine Gerade in das Koordinatensystem eingezeichnet und wir sollen herausfinden, welche der vier Geradengleichungen diese Gerade beschreibt. Das Erste, das uns hier sofort ins Auge springt, ist, dass es sich bei dieser Gerade hier nicht um eine Ursprungsgerade handelt, denn sie geht nicht durch den Koordinatenursprung 0,0 durch, sondern sie schneidet die y-Achse hier an der Stelle minus 1. Also sprich, die y-Achse wird dort geschnitten, wo die y-Koordinate minus 1 ist. Das heißt, wenn wir nun die vier Geradengleichungen hier betrachten, dann muss sich dieser Schnittpunkt minus 1 in der Geradengleichung widerspiegeln. Denn wenn wir für die x-Achse 0 einsetzen, also wenn wir für, Entschuldigung, wenn wir für die x-Koordinate 0 einsetzen, dann muss natürlich für die y-Koordinate minus 1 rauskommen. Schauen wir uns das mal für die Gleichung A an, also für die Geradengleichung beim Punkt A. Wenn wir hier für x 0 einsetzen, dann erhalten wir y ist gleich 2 mal 0, also 0 plus 1. Das heißt, dann kommt für y insgesamt 1 raus. Das stimmt aber nicht mit dieser Geraden hier überein, denn wenn wir für die x-Koordinate 0 einsetzen, soll für y minus 1 rauskommen. Das heißt, die beiden Kandidaten, die für uns eigentlich relevant sind, sind hier die Geradengleichung b, denn hier steht hinten ein minus 1, und die Geradengleichung d, denn hier steht auch hinten ein minus 1. Und nun müssen wir noch herausfinden, ob b oder d hier die richtige Geradengleichung ist. Wenn wir die Gerade anschauen, dann sehen wir, dass die Gerade eine positive Steigung hat, also von links nach rechts gehen die y-Werte nach oben, sie werden immer größer. Das heißt, die Steigung der Gerade muss positiv sein. Wenn wir hier jetzt die Gleichung d betrachten, dann sehen wir hier, dass die Gerade eine Steigung von minus 2 hat, also eine negative Steigung. Da müsste die Gerade nach unten gehen. Das heißt, eigentlich kann nur die Geradengleichung b die Lösung sein, denn hier haben wir eine positive Steigung von 2. Wir können das hier auch noch mal kontrollieren. Eine Steigung von 2 bedeutet ja, dass wenn sich die x-Koordinate um 1 ändert, dann muss sich die y-Koordinate genau um 2 ändern. Schauen wir uns das hier im Koordinatensystem an. Wir sind hier bei der x-Koordinate 0 und gehen hier jetzt einen Schritt nach rechts. Das heißt, wir ändern die x-Koordinate von 0 auf 1 und wenn wir nun den zugehörigen y-Wert ablesen, also die y-Koordinate, dann hat die hier einen Wert 1. Das heißt, wenn wir die x-Koordinate um 1 ändern, dann ändert sich die y-Koordinate um 2. Also hier von der y-Koordinate minus 1 auf die y-Koordinate, ich muss den Strich noch etwas länger machen, auf die y-Koordinate 1 rauf gehen. Das heißt, die Gleichung b ist tatsächlich die gesuchte Lösung. Bei dieser Aufgabe haben wir nun wieder eine Geraden im Koordinatensystem eingezeichnet und wir können wieder erkennen, dass diese Gerade die y-Achse an der Stelle minus 1 schneidet. Das heißt, wir suchen wiederum eine Geradengleichung, die, wenn wir für die x-Koordinate 0 einsetzen, uns als y-Koordinate minus 1 liefert. Wieder die Gleichung a erfüllt das nicht, denn wenn wir hier für x 0 einsetzen, kommt als y-Koordinate 1 raus. Die Gleichung b erfüllt das, denn wenn wir für x 0 einsetzen, dann kommt für die y-Koordinate minus 1 raus. Es bleibt dann ja nur der Teil hier hinten über, weil y ist gleich 2 mal 0, ist 0 und minus 1. Für die y-Koordinate halten wir dann minus 1. Für die Gleichung c passt das wieder nicht, denn wenn wir hier für die x-Koordinate 0 einsetzen, dann kommt für die y-Koordinate insgesamt 1 raus. Das heißt, passt auch nicht. Und für die Gleichung d passt das wieder, denn wenn wir für die x-Koordinate 0 einsetzen, dann halten wir als y-Koordinate minus 1. Das heißt, genauer betrachten müssen wir die Gleichung b und die Gleichung d, denn diese haben beide hier hinten das minus 1 stehen. Und nun müssen wir schauen, diese Gerade hier, die fällt, also sie hat eine negative Steigung. Wenn wir von links nach rechts schauen, werden die y-Werte immer kleiner. Das heißt, wir suchen eine Geradengleichung, die eine negative Steigung hat. Bei b hier ist das nicht der Fall, denn die hat ja eine positive Steigung von 2. Die Geradengleichung d hier unten, die hat allerdings eine negative Steigung von minus 2. Das heißt, die Lösung kann eigentlich nur die Gleichung e sein.